Heute gibt es Luftröhre vom Wind, gewolft und ein bisschen Pferdefleisch. Die Luftröhre vom Wind ist fertig. Die Luftröhre vom Wind ist fertig. Dazu Gemüseflocken, die müssen wir erst einmal auflösen. Die sind getreidefrei, das versteht sich. Das Ganze muss jetzt 10-15 Minuten quellen und dann geht es weiter. Inzwischen sind die Gemüseflocken aufgequoren. Das machen wir jetzt hier hin. Umrühren. Hier noch ein kleiner Schuss Öl. Zum Schluss einen Schluck Naturkefil. Dein Schuss. Bitte verraten Sie den Schuss! So, jetzt werden wir mal sehen, ob das den Welpen auch schmeckt. Ja, 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 guck mal. Oh, ich denke, was wollen denn die Wölfe hier, das was passiert. Immer eine Wolfsjolle. Jetzt ist es ein Wölfe. Woh, 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 woh. Woh, 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 woh. Woh, woh. Woh, woh, woh. 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 Woh. Woh.